ich zeige ihnen in diesem illustrator tutorial was sie mit einem respektive mit zwei kreisen in illustrator alles machen können die idee ist nicht von mir die ist von die mcleeland und sie hat mich einfach fasziniert darum zeige ich das ganz kurz also ich fange an mit einer neuen datei datei neu dann richte ich mir ein a4 quer ein mit den druckeinstellungen und illustrator bringt das ja immer ohne den lineal und diese abkürzung müssen sie was kennen command und r für ruler und dann ist der lineal eingeschaltet so jetzt mache ich als erstes mit dem ellipsen werkzeug einen kreis dass ich klicke hier sage 10 mm durchmesser linie möchte ich keine und hier mal eine flächenfarbe ist egal welche das kommt dann später noch hier habe ich jetzt eingerichtet an zeichenfläche ausrichten das heißt ich kann sagen zentriert und zentriert und dann ist dieser kreis genau in der mitte meines a4 blattes der kreis ist immer noch ausgewählt und jetzt mache ich einen verlauf draus ich mache nicht einen linearen sondern einen kreisförmigen verlauf ich sage rechts möchte ich ein helles blau und links möchte ich ein dunkles blau und dann habe ich einen verlauf von hell nach dunkel gut die nächste oder der nächste schritt wäre jetzt die fläche im aussehen panel markieren und jetzt geht es immer unter effekte sie können hier oben die effekte auswählen ich werde sie direkt im aussehen panel unten anwählen also sage ich jetzt hier effekt verzerrungs- und transformationsfilter und dann transformieren jetzt dieses transformieren werkzeug ist relativ schwierig zu verstehen ich gebe hier oben mal 117 ein zweimal das gleichen wert und ich mache mir 24 kopien wenn ich jetzt ok drücke sehen sie was passiert jetzt haben wir einfach 24 kopien vergrössert und diese 117 prozent was ich jetzt noch mache ist der im verlauf das dunkelblau schiebe ich jetzt etwa auf 70 75 prozent und jetzt gefällt dass mir die übergänge sind jetzt viel klarer gut jetzt sage ich wieder hier unten stilisierungs filter schein nach aussen ich sage multiplizieren 100 prozent der kraft und 0.5 weich zeichnen ok jetzt werden sie nicht sehr viel dann sehen und warum ist das so dieser dieser effekt den ich jetzt gemacht habe den muss ich hier nach oben schieben und dann werden sie sehen ist das ganze viel intensiver wenn sie jetzt genau sehen sehen sie hier so strukturen die es gibt jetzt gehe ich in die effekte dokument raster einstellungen und bin ganz brutal und sage hier ich möchte andere 1200 ok dann werden diese übergänge sehr sehr fein wir gehen wieder ins aussehen panel ich wähle alles an also den namen das ist am einfachsten und dann sage ich wieder effekt verzerrungs und transformations filter und dann zusammenziehen und aufblasen hier in der regel ist das 0 jetzt können sie 30 eingeben oder hier hin klicken und mit gedrückter schrifttaste und pfeil nach oben dreimal klicken ok und jetzt hat das schon ganz eine andere form im nächsten video gehen wir dann einen schritt weiter hier